Jo Leute, was geht und willkommen zu diesem kleinen Video bzw. zu diesem kleinen Song. Ich hatte mal genügend Zeit einen kleinen Songtext zu schreiben und habe eine Instagram-Umfrage gemacht. Und ca. 90% oder so waren glaube ich dafür, dass ich den release. Nun wissen allerdings ich und ihr, also wir beide, dass ich kein Profi-Rapper bin und ich habe da auch nicht den Anspruch dazu. Deshalb ist das Ganze auch so amateurhaft gemacht. Aber wenn es für beide passt, wird dieser Song natürlich released. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Ah, Himmelblau, ich biege ein in die Hauptallee. Nachmittag Hoppredip, die ganze Stadt kann man jetzt draußen sehen. Stelle mich dem Gewinn, mir Gedanken schießen durch meinen Kopf und ich spüre die warme Brise. Mein Kopf zeichnet achten um die Straße. Wie viele Farben das um, verdenken nicht, wie sie im Fuß trittet dagegen. Ich kann die Gruppe an Jugendlichen je zehn, lässt die Erinnerung an die Schulzeit aufleben. Und ich frage nicht warum, es ist nicht ganz ohne Grund, denn ich kenne die damalige Angst noch zu gut. Der Gedanke heftet sich an den Nächsten, wie sehr würdige Schätzen. Wie die Paare dort dieses Gefühl nochmal aufleben zu lassen. Rausgehen, was machen mit seinem Seelenverwandten, was essen. Glücklich Hände halten mit für was man so lange kämpfte. Als nächstes blicke ich auf ein Plakat der Covid-Gegnerschaft. Sie glaubt kein Fotos der Presse und sie erklärt den Kampf nach Menschen. Ja, dafür ihre Verschwörungstheorien nicht teilt. Das ist die Realität, ich geh jetzt sicher nicht heim. Ein Casino und ein minzgefühlter Brunnen bei mir. Plakate sagen, spendet für wer's nicht so gut hat wie wir. Guck, sie wollen für Moneykriege starten. Guck, ich wollte meine Rap-Karriere auch ohne, dass ich Moneykriege starte. Guck, was ich endlich verstehe. Es ist kein glühender Feuer, ob alles das Geld, worum sich die Erde dreht. Dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß damit.